Wir haben hier nicht nur im Kurzmodell, ich glaube auch mit Liechtenstein, nämlich zwei Schlagzeuger, von denen Sie einen, die meisten Kunden, den einen schon kennen, weil er eben schon seit einer ganzen Reihe von Jahren mit Liechtenstein lebt, Jean-Jacques Mengen-Klattler. Und er wird heute zusammen mit Christian Bourdain auftreten, ein Tanzmann von ihm, die Kamerun, beide haben gemeinsam auch gespielt, die in Yaudet, hauptsächlich in Yaudet. Christian Bourdain hat sein Land verlassen wie Jean-Jacques Aude, er lebt heute in Paris und hat vor allen Dingen sich auch schriftstellers geäußert, er hat verschiedene Bücher publiziert über amerikanische Rhythmusstrukturen und er hat eben diese 360-Grad-Fatabili, das Schlagzeug, selbst entwickelt, das ist ja allein schon, das gestatten wir, wenn ich das so von der wilden Kurzzeit sage, schon eine super gute Skulptur, ohne dass sie gespielt wird und wir sind, glaube ich, extrem gespannt darauf, was die beiden uns in ihrem Zwiegespräch als zwei Perkursionisten gleich vorführen wird. Ich wünsche Ihnen allen sehr viel Spaß und Jean-Jacques Christian Aude. Applaus Applaus